und halli hallo hier ist auch schon wieder euer ben und willkommen zu einer neuen folge konstantin und zwar ich habe jetzt alle fünf special aufgaben erst mal so weit gelöst jetzt schauen wir doch einmal nach was hinter diesen schönen tresor ist wenn ich mir erst mal ein bisschen munition eingesammelt habe die bonuskarte mensch da warum vergesse ich die überall so leben habe ich noch habe ich auch noch was schön ist dabei warum nicht das hat so open ja bald werde ich mich rechnen bist du da wollen wir auch mal ganz geblickt hoffen wir so drei zwei erst mal waffen wechseln open your door ha 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 wow Wtf? Was war das? Ich habe einen leichten Schreck bekommen gerade. So und auf geht es zu Balthasar. So und so sehr begrenzt wieder was ich nicht so schön finde. Suche den Schlüssel. Ich habe Fische gefunden. Na Fischi Fischi. Hallo Fischi Fischi. Ja wo war ich? Ach ja. So haben wir denn hier schönes. Ah Bonuskart, 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 so meine, meine Bonuskart, so. Schlüssel soll ich finden. Schlüssel, ah, der muss ja irgendwo hier sein, glaube ich. Zumindest. Aha. Oh. Zoom, 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 zoom. Ich glaube die Kamera ist unnütz, weil ich hier keinen Schlüssel sehe. Ich sehe nichts. Wo. Ich bin Schlüssel. Dein Schlüssel. Ah. Z. Ah. Das geht hier auch unter anderem. Genau. Das ist ja bloß ein Bonuskart. Können wir den auch noch verschieben hier vielleicht? Ne, geht auch nicht. Soll hier der Schlüssel sein. Hallo Schlüssel. Walthasar Simmerie Registry Inc. Der hat eine eigene Firma? Ehrlich? Da ist die Karte. Da, Schlüssel Karte. Genau wie ich gedacht. Genau wie du gedacht hast. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das ist ja auch so. Oh man, John. Oh man, John. Oh man, so dunkel hier. Aber das hat eine eigene Firma. Jetzt ehrlich. Munition. Die kommen wird bestimmt noch gebraucht. Später. Das sind Klui bitte oder. Wo sind wir denn hier? Ah nee, es ist ja gar keine Toilette. Mach. Fehl. Trotzdem ist es ja nichts weiter. Kiste. Die wir nicht schieben können. Ah, Stunkel hier drinnen wieder alles. Meine Güte. Balthasar. Baldi. Baldi. Nimm den Fahrstuhl. Wechner. Wow, das ist aber ungünstig hier. Das ist ja so. Scheiße. Das ist ein anderes Mann. Scheiße. Oh fuck. Verwirrung. Äh. Scheiße. Fall. Ca. Sa. Tim. Na. So, du bist jetzt mein Dummy. Geh. Junge ist da sein. Zum Glück haben wir so einen guten Zauberspruch wie Verwirrung. Oh, der hat auch schon mal weggebombt. So, jetzt kommen wir noch zu dem ein. Wow. Die Wirkung hat nachgelassen. Da kommen wir noch zu dem. Wow. Warte. Wow. Warum kommen denn da noch mehr? Hm. Ich würde grad, mir würde er am besten machen. Das ist aber Sprache. Sein Gestalt exzessiv muss. Wo geht denn das nicht? Woher kommt der? E тради keine Munition. Nichts mehr wieder. Meine Fresse. Oh. Tag. Ach, das geht auch? Na, aber denn. Meine Fresse. das muss ich nur gucken, ne? muss ich mal gucken, ne? sag mal, hier muss doch irgendwo in dieser Welt hier auch eine Toilette irgendwo sein nicht, dass ich mal müsste, aber da gibt's Wasser das kann man ja gucken, die brauchen wir eigentlich was? hey was soll das? ok level 38 wow, von 0 auf 100 den da hinten vor allen Dingen, den mag ich nicht, der muss weg ne, mach den weg jetzt wow, haben wir trotzdem noch die kleinen uncool, uncool was so scheiße ist das was hat so, viele demmonier ich mag das schon wieder nicht was man jetzt mit durchcatchen, jetzt mal so takt schaafin tschaufein bye bye, bai, you panner wahha ha 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 was hat ehrlich jetzt, boah Gibt es hier nicht so eine Toilette hier irgendwo? Tut mir leid, aber ich kann nicht bleiben. Ich muss seine Ankunft vorbereiten. Aber meine Kollegen werden sich um dich kümmern. Falthazar! Deine Kollegen, die kann ich auch verzichten. Falthazar sagt, es täte ihm leid, dass er dich nimmt. Was? Spare deine Munition. Das bringt eh nichts. Videos bringt nichts. Ich muss hier Pullen dagegen werfen, bitte. Oh... 2,4... Ach, bald die... 5 Bombe. Vielleicht müssen wir die Bombe einstellen, hier. Nein, was tust du denn da? Ah, also doch das Bild. Problem ist unter anderem nur jetzt, dass ich keine Munition mehr habe. Wie war nochmal Wasserbomben werfen? Schmerz, wa? Ich will gerade, wie Wasserbomben werfen war. Auch nicht schlecht eigentlich. Wow, zu dicht. Zu dicht. And your face. Auch nicht. Wir wollen nochmal Wasserbomben werfen hier, hallo? Scheiße, wa? Auf jeden Fall, das Bild ist es. Oh, ich hab das schon ausgewählt. Wow. War's das jetzt? Das war's ja doch noch nicht. So, ihr Penner. Meine Güte, was ist denn hier los, Alter? Was das für eine Firma? Unsere Firma musst du arbeiten. Da ist jeden Tag ein schlechter Tag. Ah, Bonuskarte, sehr schön. Zauberstушig. Zauberstuch. Zauberstuch. So. Munition vollmal, wunderbar. Leben haben wir auch wieder voll, dann kann man wieder abtanzern. Da, da, da. auch die Rom funktioniert weil mit Sturmkriege der gleich weg der Partier die Rezeption ist genau so schlimm wie das Personal gut gehört ja auch zum Personal das sind alle Schlimmer eigentlich so ey so lad mein Fräulein mach ich mal rein hier ne ganze Firma voller Dämonen alter voller da kannst du ja nicht arbeiten als Engel sowieso ne, aber als Dämonen das ist uncool, das ist uncool ich will mit meinem Anwalt sprechen nicht drüber hallo sterben die eigentlich nicht die falsche Munition oder was wo kommst du denn her aus dem Fenster geh raus wollen die hier nicht warum habe ich auch eigentlich auf einmal so viel Munition hä das ist auch merkwürdig der in Ordnung das war aber nicht vereinbart hier so was was wie was wer wer Ah, der da. Mach ihn doch weg. Oh, das sind mehrere. Nicht mein Fall jetzt. Sturmkrieg mein allerliebster Magic Spruch überhaupt. Das wäre ein gutes Wasserportal. Fenster? Ich find nicht. Es gibt schönere. Da ist soweit nichts drin, okay. Da auch nicht, okay. Ehrlich jetzt? Oh man, muss das sein? Ja, muss sein. So, aber hier werden wir jetzt in der nächsten Folge weitermachen von Konstantin. Das heißt von hier und ich war euer Ben und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Konstantin. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr möchtet keine Folge verpassen, ja, dann gerne Kanal abonnieren. Und damit ich weiß, dass ich meine Arbeit hier gut gemacht habe, denkt doch einen Daumen nach oben. Und ja, bis dahin immer schön weiter zocken. Also reinhauen. Zumatrer ein bisschen. Das ist ein bisschen. Weiß ich mal. Und dann, also bei der Duft für eine lange Zeit. Und dann, also bei der Duft für eine Daseinsaussion. Und dann, also bei der Duft für eine Daseinsaussion. Und dann geht das Lüft für eine Daseinsaussion. Vielen Dank.